Und da gibt es viele Missverständnisse. Erstmal Zwang heiratet, ich denke ich habe über dieses Thema schon gesprochen. Im Islam ist Zwang heiratet verboten. Man darf niemanden zwingen zu heiraten. Und wenn eine Frau, bei mir zum Beispiel in der Moschee, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte eine Frau heiraten, und wenn der Vater auch kommt, dann sage ich ihm, ich möchte die Frau sehen, dann stelle ich der Frage, stelle ich dieser Frau die Frage, willst du diesen Mann heiraten, wenn sie sagt ja, oder wenn sie nicht sagt, dann verstehe ich, dass sie akzeptiert haben. Dann mache ich Heiratsvertrag. Wenn sie nein sagt, dann machen sie ja nicht. Das heißt, sie haben kein Zwang. In Tradition gibt es, das gebe ich zu, aber im Islam gibt es nicht. Und das ist die Trennung. Dann Unterdruckung. Ist die Frau unterdrückt im Islam? Ich denke nach dem, was ich Ihnen erzählt habe, was unsere Religion zur Frau sagt, mit Sicherheit ist sie im Islam nicht unterdrückt. Aber hat die Frau in den muslimischen Ländern ihre Rechte? Das ist wirklich eine Fragezeichen, oder eine Frage, die wichtig ist. Ich kann Ihnen bestätigen, wenn man sagt, zum Teil nein, das stimmt auch. Es gibt in manchen Gebieten, in den muslimischen Ländern, dass die Frauen so behandelt werden, als ob die Menschen in der vorislamischen Zeit wären. Aber das ist nicht die Religion. Das sind die Menschen selber, die das machen. Und nicht, was unsere Religion gesagt hat. Aber nach islamischem Recht ist die Frau gleich. Gleich des Mannes. Und sie hat ihre Rechte. Deshalb, wenn Sie jetzt suchen, in vielen Literatur, Büchern über Islam, die von Muslime geschrieben sind, dann werden Sie nicht das Thema vielleicht Rechte der Frau lesen. Weil das für uns selbstverständlich ist. Wir brauchen natürlich dafür keine, sage ich jetzt, neue Urteile oder neue Regelungen. Im Islam dürfen wir nicht schlechtere Frauen sein. Und da kommen wir vielleicht zu den anderen Themen. Was ist mit Kopftuch? Eigentlich Kopftuch, ich sage ganz ehrlich, von meinen Begriffen, es gibt nicht etwas, was heißt im Islam Kopftuch. Kopftuch haben wir nicht in unserer Religion, Muslime. Wir haben Bedeckung der muslimischen Frau. Und die muslimische Frau muss sich bedecken. Ich will mich nicht jetzt unliebt machen, ja, oder unbeliebt machen. Aber wir haben gesagt, es gibt Basis in der Religion, es gibt Prinzipien, es gibt Regeln, und wir reden mit Wissen und wir forschen. Und wenn man die Beweise der Religion betrachtet und forscht, dann kann man nicht anders sagen, als dass dies ein Muss für die Frauen ist. Dies ist ein Muss. Es steht nicht nur bei uns Muslimen, sondern es gab auch bei Judentum, es gab auch bei Christentum. Und es gibt bis heute die Christen, die arabischen Christen, die tragen bis heute Bedeckungen in vielen Ländern. Aber das ist eine religiöse Handlung für die Frau. Religiöse Handlung, bitte verstehen. Das ist weder Politik noch ein Symbol der Besetzung Deutschlands oder Europas. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nur mit der Religion zu tun. Wir haben eine Umfrage gemacht, gestartet seit Padigalen, und ich leite diese Umfrage. Wir haben Tausende, Zehntausende von Frauen befragt. Welche Frau, die Frage ist, wer von Frauen hat die Bedeckung sozusagen mit Zwang getragen? Bis heute, seit mehr als drei Jahren, haben wir kein einziges Ja bekommen. Alle haben das freiwillig gemacht. Okay, wenn die Frau das freiwillig machen will, warum machen sich die anderen Probleme? Wir haben doch Freiheit. Und wenn eine Frau sich dafür entschieden hat, wir zwingen nicht, weil ich bin kein Freund von Zwang. Das heißt, wenn wir auch jemanden zwingen würden, dann bringt das nicht. Und ich habe das, als ich ein kleines Kind war, als wir in die Schule gegangen sind, wir haben ein paar Mädchen bei uns gesehen, die kamen auf die Straße von zu Hause raus, die kamen auf die Straße, dann bei der nächsten Ecke hat sie ihre Bedeckung weggemacht und in der Tasche gesteckt. Und als sie zurück nach Hause kam, dann hat sie nochmal die Bedeckung gemacht. Sie hat ihre Eltern betrogen in diesem Zusammenhang, als ob sie das macht. Aber was bringt das? Deshalb, wir sagen in diesem Zusammenhang, die Frauen haben sich selbst für dieses Gebot der Religion entschieden, weil Allah das gesagt hat, das kommt nicht von uns als Männer und das ist kein Zeichen der Unterdrückung für die Frauen oder Männer. Gesellschaft sozusagen oder Männer macht, sondern das ist nur für die Frauen. Dann komme ich auch zum Thema vielleicht Ehrenmord. Gibt es im Islam Ehrenmord? Es gibt sowas bei uns nicht. Was bedeutet, es gibt sowas bei uns nicht. Das bedeutet, Mord ist für uns keine Ehre. Mord im Islam ist verboten. Aber wenn manche, die durch ihre Sitten und ihre Tradition sowas tun, das hat nicht mit unserer Religion zu tun, das hat nicht mit dem Islam zu tun, wenn auch eine Frau Unzucht begangen hätte oder hat, dann darf sie nicht von einem Mann oder vom Vater oder vom Bruder oder sowas getötet werden. Da sagt man ja, aber wir hören viel, dass sowas in Deutschland passiert oder woanders. Ja, es gibt auch hier. Das passiert sowas auch hier oder in anderen Ländern. Aber das hat mit der Religion nichts zu tun, das hat mit der Person zu tun. Die Religion sagt uns, wir dürfen keine Selbstjustiz haben und wir dürfen kein Richter werden. Wir sind Leute nur, die den anderen sagen, das ist unsere Religion und das ist richtig, das ist falsch und jeder muss für sich selber bestimmen. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch und ein Mensch natürlich wird niemals vollkommen sein und dass er alles vollständig perfekt macht. Deshalb, wenn ich nicht alles erzählt habe oder wenn ich etwas vergessen habe oder etwas Falsches gesagt habe, bitte ich um Verzeihung und um Entschuldigung. Und wenn ich versucht habe, aufzuklären und ich habe etwas geschafft, dann bin ich Ihnen dankbar. Ich danke Ihnen nochmal für das Zuhören und ich danke Ihnen nochmal, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich hoffe nach der Pause, dass wir zu einer fairen Diskussion kommen. Übrigens auch, wenn man Kritik hat, kein Problem. Aber bitte, ich meine, wissenschaftlich mit guten Wörtern und in Augenhöhe und jeder hat natürlich das Recht, auch mein Wort. Bevor wir zur Pause kommen, ich bin der bekannte Iman, der sozusagen Geschenke bei TV-Sendungen macht. und ich habe damals Meichberger, Christiansen, unser heutiger Finanzminister und damaliger Innenminister, Herr Schäuble und anderen, Korane geschenkt, weil dieses Geschenk, das ist sozusagen wirklich das teuerste Geschenk, was wir haben. und deshalb möchte ich namentlich sozusagen Unileitung danken und ich möchte ein Geschenk sozusagen als wirkliches Symbol des Dialoges, des friedlichen Miteinander und egal, ich meine, wenn wir auch nicht weiter mit mir dieser Dialog durchgeführt werden, das könnte auch mit anderen Leuten durchgeführt werden, hauptsächlich, dass wir weiter miteinander reden und wir haben das geschafft übrigens, wir haben ein Zeichen jetzt gesetzt, dass wir miteinander reden können und wenn man sagt, die Muslime müssen sich ändern, dann sollte man uns ein bisschen Zeit geben, mit uns Geduld zeigen, da sind wir Menschen, wir können ein bisschen lernen, ja, ich meine, wir sind mindestens Menschen, nicht was anderes, okay, ich freue mich mit der Frau, Kanzlerin, Frau Bock, habe ich richtig? Ja, ich danke Ihnen und das sind drei Geschenke, was ich Ihnen geben möchte, aber ohne Hand geben, ich danke Ihnen, das ist einmal Koran Übersetzung auf Deutsch, und einmal über unseren Propheten so, ich habe die Bücher auch selber nicht gelesen, damit Sie wissen, ich danke Ihnen, danke Ihnen. Applaus Alright,